Die Signaten sind eine Gruppe Wesen unterschiedlicher Herkunft, die in der Umgebung der Bleisphäre leben und diese als transzendentalen Bezugspunkt auffassen. Sie betrachten die Sphäre als ihr Eigentum und verehren sie als transzendente Signatur. Der Umstand, dass einige der Signaten sich als sogenannte Futuroskope herausstellen, die in die Zukunft zu sehen vermögen, untermauert ihre Einstellung zusätzlich.